Leider Gottes Ölwanne gebrochen. Wir sind aufgesessen an einer Stelle, wo durch einen Drift es nicht anders möglich war. Ja, und leider Gottes jetzt hoffen wir, dass der Birner eine Ölwanne hat und die werden wir tauschen. Das Rennen ist ja noch lang. Wir haben noch Chancen. Momentan geht es uns noch gut, ein bisschen müde sind wir. Ja, jetzt wehren wir sich schon langsam auf mit der Sonne, wehren wir sich wieder auf und wir hoffen, dass wir das so uns zubringen. Alles andere wäre eine Überraschung eigentlich. Da muss man sich ehrlich sagen, ist freilich. Vollbreitung ist alles. Ja, konnte nur durchfahren, nicht unbedingt bei der holprigen Stelle, nicht Vollgas, aber langsam drüber. Ja, und da wir jetzt nicht mehr Asphalt haben, haben wir Asphalt dann Gas geben. Das hält das Auto aus. Wir sind das zweite Mal dabei. Ja, wir haben eher hier im Juni die ersten Erfahrung gemacht. Da waren wir Platz 13 und ja, sehr erfreulich, dass wir heute mal fahren sind. Ja, wir haben hier. Vielen Dank.